Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV Simulation. Ich bin's, Debi, begrüße euch und freue mich, dass du wieder einschattest zu einer weiteren OMSI-Folge. Schön, dass du wieder da bist. Ja, jetzt ist er da. Endlich ist er draußen. Der EZ-Taro von Darius Bode. Heute, nein, gestern früh erschienen, am 4.5.2020 für einen Preis von 9,95 Euro auf Steam. Wenn ihr das Ganze über Gamesplanet kauft, spart ihr nochmal 10% da drauf. Den Link ist unten in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr uns sogar noch unterstützen mit. Wenn ihr seid, für unter 9 Euro könnt ihr euch diesen Bus holen, den Elektrobus aus Hamburg. So sieht er also aus. Schmankele. Die ganze Woche hat sich darauf gelohnt, die wir gemacht haben mit unseren Bussen, die wir alle so gezeigt haben. Als Alternativen, kostenlose und natürlich Payware. Alles mit dabei gewesen. Ja, aber so sieht es aus. Emissionsfreier Bus für Hamburg. Heute Abend also die Leitstellenfahrt unbedingt einschalten, Leute. Heute. Das wird das Modell sein, mit dem wir unterwegs sein werden. Vielleicht nicht nur den ganzen Abend, aber zumindest schon mal einen großen Teil. Denn ich muss ganz ehrlich sagen, der E-Solaris hat mir auch mega gefallen. Ihr seht den Bus jetzt aktuell so, wie er hier ist. So bekommt ihr ihn. Einziges, was ich jetzt noch dazu gemollet habe, sind die Mercedes-Logos und die Schriftzüge. Ja, also die Mercedes-Logos und Schriftzüge. Das könnt ihr euch aber alles runterladen. OMSI Webdisk. Da könnt ihr euch euren Bus brandmarken, wenn ihr das möchtet. Ich habe es gemacht. Es sieht einfach ein bisschen schicker aus. Aber an sich ein absolut schönes Modell. Und ein weiterer Elektrobus für OMSI. Großartig. Ja, es ist natürlich ein Bus, der nochmal separat gekauft werden muss. Der wird natürlich nicht geschenkt und kam jetzt einfach dazu. Wie gesagt, das war aber schon von vornherein klar gewesen. Der kommt in verschiedensten Ausstattungen. Wir haben das Ganze ja in den ÖPNV-News natürlich behandelt. Ja, was hier alles dabei ist und so weiter und so fort. Es ist auch sogar ein BVG-Repaint mit dabei. Großartig. Ja, sonst fühlt sich das einfach sehr, sehr entspannt an, damit zu fahren. Aber das werden wir uns jetzt gleich angucken. Ich an sich muss ganz ehrlich sagen, ist schon ein Schmankele. Ist schon ein Schmankele. Ich bin eigentlich kein Mercedes-Fan. Ihr wisst das. Also der O530 war noch in Ordnung und so. Aber so mit der C2 konnte ich mich ja nun überhaupt nicht anfreunden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so hundertprozentig, hübsch ist anders. Also jetzt nicht das, was Darius Bode hier gezaubert hat, sondern das Modell an sich. Hübsch ist anders, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber nun gut, man gewöhnt sich daran. Das ist wahrscheinlich, wenn du dir den drei, vier Mal anguckst, dann ist er doch ganz okay. Aber so ein absoluter Liebling, das kann ich mir ja jetzt eigentlich beim besten Bild nicht vorstellen. Aber ist auf jeden Fall ein Schmankele. Schmankele. Und das kann man hier sagen. Gut. Ja, würde ich sagen, wir haben uns soweit alles angeguckt. Wir können einsteigen und mal gucken, wie sich der Bus dann so fährt. Wie leise er natürlich ist, starten hier U-Bahnhof Borgweg und fahren auf der Linie 6. Sind wir unterwegs. Wirklich hatte ich mir eigentlich auch schon einen Fahrplan ausgesucht gehabt. Lass mal mal gucken. Erstmal jetzt Dienst anmelden. Dann hier 15.06 bestätigen wir. Und den 66.108. Da haben wir einen nach Gerhard Hauptmannplatz. Dies ist er. Unser Fahrplan für heute. Mit dem eCitaro. Und ja, so sieht das Dashboard aus. Wie gesagt, auch hier werde normalerweise das Mercedes-Logo nicht mit drauf. Das ist alles weg. Ja, wie gesagt, sogar der Schriftzug hier unten an der Tür ist weg. Vorne natürlich. Und hinten der Mercedes-Stern ist nicht vorhanden. Aber wie gesagt, da findet da einiges im OMSI-Webdisk. Da könnt ihr euch das dann runterladen. So, könnt ihr mal hier Licht anmachen überall. Das ist 8.27 Uhr. Brauchen sie eigentlich kein Licht mehr. Aber wir wollen die Leute ja nicht verunsichern hier, dass sie hier irgendwo gegen die Tür rennen oder so. Das kann ja mal gut passieren. Sonst haben wir hier natürlich das Ticketgerät HVV-Cut prüfen. Ne, also wenn die das hier vorne prüfen, sehen wir das hier auch, ne, an dem Apparat hier. Ne, sonst können wir hier natürlich weiterhin Tickets verkaufen und sowas. Hier unten haben wir natürlich auch alles, was wir brauchen. Mal ein bisschen Fenster aufmachen hier. Steck ich hier drinnen. Und sonst, ja, Kameras und hier und da, alles, wie gesagt, vorhanden, alles da. Großartig. Gut. Ihr seht, on, off. Wir sind jetzt, er ist an. Man hört nichts. Er ist an. Man hört nichts. Großartig. Wir sehen jetzt hier die Anzeige, ne. Wo normalerweise der Drehzahlmesser ist, haben wir jetzt nur 100% und 100%. Ja, einmal ist ein Plus und einmal ist ein Negativ. Ja, okay. Ähm, dann, klar, off. Wenn er aus ist. Und, äh, wir sehen, er ist ready. Ne. Ja, sonst haben wir genug Strom drauf. Also die Hälfte von Strom ist drin. Da, ne, wir haben sogar voll Strom. Die Batterie ist voll. Ähm, ich habe jetzt gerade ein bisschen verguckt. Und sonst, ja, gibt es hier eigentlich nichts anderes, als wie bei jedem anderen Bus halt auch, ne. Wenn wir uns das Ganze hier so dementsprechend alle angucken, ist halt alles beim Alten, ne. Ja. Gut, vier Minuten noch. Ich würde mal sagen, wir ziehen mal vor und lassen mal hier schon die Fahrgäste hier einsteigen. Damit sie natürlich hier wegkommt. Ui. Moin. Ja, hallo. So, wir werden mal auch schon ein Zelt mal ein bisschen vorspulen. Ein Radfahrer hier. Kommt keiner mehr. Aber, hörst du was? Nein, ne. Ich höre nämlich auch nichts. Aber das ist, das ist eine relativ coole Sache. Nächste Haltestelle. So, die Sempa-Straße. So, die Sempa-Straße. Ja, der neue Betriebshof ist auch schon in HafenCity drin, wo die ganzen E-Busse stehen. Das kam sogar einen Tag vorher schon. Aber das Ganze schon veröffentlicht. Ich glaube, das war auch nicht groß gewesen, das ganze Update. Neue Linien sind tatsächlich nicht dazu gekommen. Viele hatten sich ja vielleicht gehofft, dass vielleicht eventuell Linienerweiterungen dabei sind oder gar neue Linien. Also, mir persönlich ist da jetzt nichts aufgefallen. Wenn euch da irgendwas aufgefallen ist, dann gerne in die Kommentare. Ja, ich habe da eigentlich meiner Meinung nach versucht zu lesen, aber konnte da jetzt diesbezüglich jetzt nichts finden groß. Aber vielleicht, manchmal ist es ja so, manchmal überliest man dann einfach kleine Details und dann... Ja, wie gesagt, also, falls euch da irgendwas bekannt ist, nutzt doch gerne die Kommentarfunktion. Hallo. Hallo. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja. Hier ist 30. Huch. Wird hier jetzt gerade einfach reingespawnt hier, oder was? Da sind es aber so breiter Autos, verstehst du? Ja, lieber Radfahrer. Was ist denn los? Du hast Achtung, Alter. Ja, wie man sie kennt, ja. Einfach fahren, ja. Wenn ich langsam fahre, passiert schon nichts. Wenn ich langsam fahre, passiert schon nichts. So, alles einsteigen. Moin. Ja, moin. 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 Da seht ihr zum Beispiel, ne? Wenn sie da jetzt ihre Tickets da einskinnen, dann kriegen wir ein grünes Symbol. Moin. 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 Hier heute Abend Leitschern fahren, Leute. Wird großartig. Unbedingt dabei sein. Unbedingt dabei sein. Machen wir uns heute Abend richtig schönen Abend hier. Schön mit Motto. Wir fahren grün. Das wird fantastisch. Das wird fantastisch. So. Allerdings werde ich mal wieder die Zeit mal wieder ein bisschen vorspulen. Hallo. Moin. Moin. Sehr angenehm auf jeden Fall. Nächste Haltestelle. Gärtigstraße. Die Linie 6 kenne ich auch noch nicht. Ich glaube, ich bin ja auch noch nicht gefahren. Ist schon traurig. Ich glaube, das halbe Addon von der Abendsee, die kannte ich gar nicht. Oh, ich habe gar keine Ahnung mit. Nö. Keine Ahnung mit. Okay. Wenn nicht. Müsst ihr ja nicht, wenn ihr nicht wollt. Wer nicht will, der hat schon, ne, Leute? Uhlenhorst. Nächste Haltestelle. Müsst ihr ja nicht. Da war bestimmt ein Fehler drin gewesen. Die wollten bestimmt mitfahren. Aber ich muss ja echt gestehen, ich kenne das hier gar nicht. Hallo. So, hallo. Moin, moin, moin. Moin, 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 moin. Achso, ich glaube, ich habe hier noch, was ein bisschen komisch war. Bei meiner Meinung nach bin ich der Meinung nach bin ich der Meinung nach gewesen, der hat sowieso, äh, eine weiße Matrix. Der hat jetzt hier noch eine weiße Matrix drin und dann gibt es auch schon eine Mod. Oh. Wir müssen eh ein bisschen warten, sonst sind wir wieder zu früh. Oh. So, gut. Können wir die Tür zumachen. Nächste Haltestelle, Zimmerstraße. Tja. Oh. Wortstein. Moin, moin, moin. Moin, moin. 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 Was ist wieder los hier? Ja, die Zeit hier, die geht gerade so absolut gar nicht runter. Moin moin, moin moin. Da können wir mal gucken, ob wir hier ein besseres Bild kriegen irgendwie. Schaut da vielleicht gar nicht so verkehrter aus hier. Nächste Reitestelle. Hm. 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 Ja, aber so im Großen und Ganzen bin ich recht zufrieden. Fährt sich sehr angenehm. Ja, im Raum technisch natürlich ein bisschen vom C2. Klar, von der Hamburger Stadtbus-Familie halt. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich glaube, das war auch der einzige C2, den ich gern gefahren bin, von Hamburg damals, von diesem ganzen Hamburger Stadtbus-Paket. Sonst die ganzen anderen C2s, die waren halt irgendwie alle, ja, nichts Weltbewegendes. Außer, wie gesagt, der eine. Und deswegen fühlt man sich hier eigentlich schon allgemein schon irgendwie heimlich hier, weil das halt gewohnte Qualität ist, die man schon kennt. Ja, also vom hier jetzt Dashboard-Arbeitsplatz-Technisch so, ne. Das ist halt, äh, okay. Hier außen natürlich muss man sich dran gewöhnen. Wie gesagt, das ganze Aussehen, ja, ist halt wirklich Geschmackssache. Und, ähm, von daher muss ich ganz ehrlich sagen, also, ich hab auch nichts dagegen für, für einen Bus mal Geld auszugeben. Bin ich ganz ehrlich. Ja, gerade so ein Bull zum Beispiel, der mit seinem ganzen Bus oder die er da präsentiert, und raushaut, äh, kostenlos raushaut, ja. Ähm, absolut Pay-Ware-würdig, ja. Dass man da auch wirklich mal so Geld einfach mal zukommen lassen könnte. Also, ich persönlich hab da nichts gegen. Viele andere Entwickler machen das auch, ähm, bei anderen Simulatoren. Ja, schauen wir uns mal, äh, ja, Train-Simulator zum Beispiel an. Da wird jeder Zug gleich, äh, kostenpflichtig rausgehauen. Da gibt's kostenfreie Züge, wahrscheinlich nicht mal ansatzweise so viel, wie jetzt hier zum Beispiel bei Omsi. Und, äh, von daher, ja, finde ich es eigentlich, äh, vollkommen in Ordnung, bin ich ganz ehrlich. Ach, geht doch mal zu. Was ist los? Oh. Irgendwas mag er gerade nicht. Warum hab ich die Handbremse drinne, bitte? Oh. Wann hab ich denn die Handbremse reingemacht? Ha, ha, ha. Uh. Ist ja schwerer Radfahrer hier, ja, da. Du hörst sie, du hörst sie. Ich erinnere mich, äh. Was ist los? Ich finde, du hörst sie. Moin, damit haben wir jetzt auch in Hamburg angefangen mit unserer grünen Woche und sie endet dann auch wieder in Hamburg. Volvo angefangen, mit dem E, Zitaro beendet, so muss das sein. Absolut großartig. Und so muss ich ganz ehrlich, wenn ich jetzt mal ehrlich bin, so muss das sein. Weiß ich, ein Produkt ankündigen, innerhalb von zwei, drei Wochen erscheint es denn. Oder einen Monat oder sowas, ja. Und nicht jetzt hier zum Beispiel wie London. London, vor zwei Jahren angekündigt, heute immer noch nicht da. So läuft das. Ja, also da auf jeden Fall müsste man gucken, dass man da irgendwie noch so ein bisschen, also so wie Darius Bodo das gemacht hat, hat das absolut großartig gemacht. Angekündigt, innerhalb von zwei, drei Wochen kam es dann raus und so lange versucht geheim zu halten, wie es geht. Und dann sind halt, sind da immer wieder mal so Bilder vom E, Zitaro aufgetaucht. Und meistens immer mit dem Zusatz, ist VIP. Ja, ist VIP. VIP. Also VIP, ne. VIP. Und, ähm, ja. So hat man eigentlich gedacht gehabt, dass der Bus halt wahrscheinlich nie in Omsi erscheint halt. Glück gehabt, dass er nun doch da ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ist es eine Bereicherung für Omsi, ne. Der eine oder andere wird vielleicht gar nicht so toll finden. Aber als beste Alternative, wenn ich jetzt hier wirklich mal so eine Alternative anbieten darf, ja. Klar, neben dem Volvo, wenn ihr HafenCity natürlich habt, das ist auch ein Spitzenbus. Muss ich aber ganz ehrlich sagen, so von kostenlos, ja, also so kostenlos gegenüber Payware. Äh, ganz klar, der E-Solaris. Der fährt sich großartig, klingt absolut fantastisch. Und dieses ganze Fahrfeeling einfach absolut großartig eingefangen. Also das ist so die perfekte Alternative, wenn man auch mal mit E-Bus fahren möchte oder sowas, ja. Also mein Tipp da, der E-Solaris hat mir richtig gut gefallen. Ja, da müssen wir uns natürlich dann erstmal morgen, also heute in der Firma, erstmal die Führerschein-Lizenz dafür besorgen, damit wir mit dem natürlich dann auch fahren dürfen. Dann brauchst du mal Lizenzen, damit du mit diesen Fahrzeugen fahren darfst. Ja, aber sonst, also gibt es hier an sich nichts zu bemängeln. Ding Dong. Ding Dong. Ja, heute klappt es nicht mit dem Blitzer, wa? Ja, ich bin der Zweite gewesen, wo wir gerade dran vorbeigefahren sind. Aber der Fahrplan, der ist so großzügig hier, da brauchst du gar nicht rasen. Im Gegenteil, ich schenke den immer noch Minuten, ja. Ah, machen wir es wieder. Guten Morgen. Morgen. Moin, moin. Moin, moin. So, ja, dann kam heute nochmal der Wasserstoffbus. Jetzt, wie gesagt, der EZ-Tarrow. Seht ihr in uns selber. Heute Abend dann die Leitstellenfahrt. Dann haben wir es. Das wird mal jetzt so frech. Jetzt stell uns jetzt schon mal hier rauf. Toll. Weißt du, jetzt, wo ich die Zeit jetzt hochgestellt habe, vermindert habe, jetzt kriegen wir hier einen schönen Stau oder was? U-Feldstraße über so ein Pauli. Ja, ja, so ist das, Leute. So ist das. So ist das. So, das muss es auch mal geben. Kann ich immer nur Fahrt haben. Und wenn die Ampel jetzt vielleicht noch grün wird, das ist fantastisch. Solange man jetzt gerne in die Karre fährt, nichts dagegen. Aber man sieht auch echt nur Taxen hier, Taxis. Taxen zum Umfallen. Taxen zum Umfallen. Vielen Dank. Oh, da haben wir den Bord schon mal genommen. Er steht echt weit weg. Aber er ist auch sehr, sehr tief. Also der passt hier, na doch, der musste eigentlich drüber passen. Na toll, jetzt sind sie alle wieder sauer mit mir hier. Musste das sein? Ja, ja. Du mich auch. Aber es sind nicht alle ausgestiegen. Schon mal die Hauptsache. Oh, so fahrt ihr denn nicht? Sind die anderen hier durchgekommen? Ja, das geht doch gar nicht. 95%. gerade mal fünf prozent verloren hier ja ich würde sagen das hat sich gelohnt mit zwei haltestellen jetzt und dann kann man schon davon sagen dass der akku schon extrem riesig ist hier dass der das aushält und wir haben festtags beleuchtung an also ist jetzt nicht so dass wir gerade mit energie sparen oder sowas also muss man sagen wenn das jetzt realistisch ist dann hat mercedes auf jeden Fall was gefunden als wirklich viel platz zu sparen halt energie zu rauszuholen aus der ganzen thematik nicht verkehrt nicht verkehrt habe ich schon so gedacht so weißt du leitstellen fahrt oder sowas mit dem ebus erst kannst du knicken weil der ja wahrscheinlich die dauer gar nicht aushält aber wenn ich das hier so sehe ach mein spiegel ist kaputt äh spiegel sag ich schon mein blinker weg wir wohl doch meinen blick angetücht haben ja der rechte blick das sind 25 diese fahrt endet dort bitte alle aussteigen ja gerne wie gesagt eure meinung in die kommentare posten würde mich mal interessieren was ihr so von dem e citaro haltet ist es für euch ein pflichtkauf ist es für euch eher eine anschaffung die man nicht braucht oder irgendwie nutzt doch gerne die kommentarfunktion schreibt und mit rein mich würde zeit mal interessieren was ihr so denkt und wie allgemein einfach dazu steht wenn jetzt zukünftig vielleicht mehr busse in payware also payware format rauskommen nutzt einfach mal die kommentarfunktionen mich würde es halt interessieren und sonst endet die fahrt hier fahrt ende bitte nicht einsteigen damit verabschiede auch ich mich wir sind es hoffentlich heute abend zum live stream dann hier wieder also wenn ihr mehr davon sehen wollt unbedingt wieder mit einschalten würde ich mich sehr drüber freuen ja und sonst ja war es das von meiner seite heute wie gesagt bis heute abend ab 20 uhr hier auf pnv simulation ich verabschiede mich tschüss wir sehen uns drei so wir sehen uns zum nächsten